Ankündigung, die ich hier machen möchte, bezüglich Uploadplan. Ich habe schon einen Uploadplan gepostet in der Franz Zock-Gruppe. Ich kann euch den gerne mal einblenden, nur damit ihr den schon mal seht. So, das ist der Uploadplan, den ich anstrebe. So, I've got some bad news. Den werde ich noch nicht direkt morgen einhalten können. Der Let's Play Together Partner steht im Prinzip schon fest. Also, falls ich euch nicht geantwortet habe, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr nicht auserkoren worden seid. Ich glaube, die käme uns ein bisschen weiter runter. Dass ihr nicht auserkoren worden seid. Ich werde noch nicht verraten, wer das Ganze sein wird. Das wird eine kleine Überraschung. Aber ich werde euch noch nicht morgen schon die drei Folgen präsentieren können. Das ist aber der Uploadplan, den ich anstrebe. Ob ich das schaffen werde, zeitlich und so weiter, weiß ich nicht so ganz. Falls nicht, dann muss ich die nochmal ein bisschen umstrukturieren. Was ich euch beliefern kann, sind die 16 Uhr Formate in der folgenden Woche. Also, My Career. Dreimal die Woche nur noch, weil es doch ein bisschen langweilig wird, wenn man es dreimal am Tag zeigt. Dann Challenge. Da mache ich noch Challenges. Da mache ich noch einen Aufruf dann auf Facebook. Dann ab Dienstag 16 Uhr. Und Sonntag online. Online werden wir heute noch ein bisschen aufnehmen. nach dem Universe-Dings, also dass wir da die Folgen haben. 17 Uhr, denn der Universe-Modus, den wir heute vorbereiten werden. Kann auch sein, dass ich die nächsten Tage dann erst noch Aufnahmen von diesem Livestream raushauen werde. Und dann erst zum Universe-Mode kommen werde. Zum Showcase-Modus. Da gibt es aktuell noch ein paar technische oder ein paar Probleme in der ganzen Herangehensweise. Weshalb das erst voraussichtlich am übernächsten Modus starten wird. Das heißt dann also, ab dem 19. Gut. Das war es denn damit. Und jetzt kommen wir zur Ankündigung, wie das denn laufen wird mit dem Universe-Modus. Dieser Stream ist dafür gedacht, dass wir den WWE 2K15 Universe-Modus vorbereiten, den ich dann später als Let's Play betrachte oder als Let's Play haben möchte. So. Ihr habt mir ein paar Vorschläge reingehauen, was ihr gerne sehen wollt, was für Roster und so weiter. Und ich habe ja gesagt, dass ihr es auf der Playstation 4 machen möchtet. Alleine vom Gameplay her, da ich dann doch den Großteil oder wenigstens eine Menge selber spielen möchte. Und nicht nur zugucken möchte. Unter dem Aspekt, dass wir nur 25 Core-Slots haben, fällt sowas wie ein krasses Roster von anderen Ligen raus. Das heißt, es wird kein Lucha Underground Universe, es wird kein Ring of Honor Universe. Mit 25 Core-Slots ist das einfach nicht möglich. Deswegen habe ich mich zu folgendem... Ah, Bullshit? Nein, Raul, erzähl mal, wie du das sonst machen möchtest. Ähm... Deswegen habe ich mich zu folgendem erschienen. Äh, 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 entschieden. Wir werden als Ausgangssituation, ähm, die aktuelle WWE nehmen. Das heißt, ich werde das Roster so auffüllen, dass Raw und SmackDown so sind, wie bei der aktuellen WWE und NXT nebenbei. Das heißt, ähm, die beiden Shows, die beiden Hauptshows sind Raw und SmackDown... äh, Quatsch, Raw und NXT. Und ich habe mir das so als Titel, habe ich mir sowas gedacht wie NXT Takeover, weil ich wollte nicht einfach bloß WWE vs. NXT machen, sondern da NXT ja sowieso gerade voll im Trend ist und die ganzen Augen drauf gerichtet sind, dass wir da einen Fokus drauf haben. Das heißt, ich werde diese 25 Core-Slots benutzen, um das NXT-Roster aufzubauen und eventuell mögliche, ähm, fehlende Superstars mit reinzuhauen. Mal sehen, wie das klappt. Nun, ich werde mich aber nicht dann Woche für Woche daran orientieren, was gerade im WWE-Fernsehen läuft, sondern nur die Anfangssituation. Das heißt, es kann dann mal zufällig jemand als neuer NXT-Superstar geboren werden. Irgendein Indie-Star oder jemand von TNA. So, dass wir von dort an, ähm, unseren eigenen Universe-Modus haben. Das soll mir also, äh, das soll bloß als Anfang dienen, damit wir weiß, damit wir eine Grundlage haben, wie das Roster aufgebaut werden soll. Dann zu der Vorgängsweise. Ich bin mir da noch nicht komplett sicher. Ihr könnt mal eure, ähm, Vorschläge jetzt in den Chat gleich schreiben. Ich möchte das aktuell so machen, dass ich einfach immer gucke, welche Fäden sind ganz interessant, äh, von NXT, von Raw und so weiter. Und dann, ähm, will ich immer gucken, welche Matches spiele ich. Das heißt, ähm, dadurch, dass man, da ich ja jetzt hier auch mit höherer Schwierigkeitsstufe spielen kann, dass ich da auch wirklich selber spielen kann. Das kann auch mal sein, dass ich mir irgendwelche Matches angucke und, ähm, die ja nur kommentiere. Aber ich möchte doch schon den Großteil selber spielen. Okay. Also. Gucken wir mal, man skippt immer zu NXT. Gucken wir, hier fehlt jetzt ganz interessant. Und, äh, es kommt natürlich, da, es kommt, der, wie sagt man, der Punkt, dass man keine eigenen Arenen erstellen kann, kommt natürlich dem Ganzen zugute. Okay. Also. So, nochmal, immer interessante Fäden raussuchen, welches Match interessiert uns gerade so, und dann, zack, spielen wir das. So. Nächster Punkt. Pay-Per-Views. Ich hab's in der Pre-Show schon gesagt. Franz, also wird es keinen Legenden im Ruhestand im Roster geben. Ähm, ja, wie gesagt, es kann, es kann ja immer mal, es können immer wieder Leute dazukommen. Weil es soll bloß, die Grundlage soll bloß das aktuelle Roster sein. Ich hab was, äh, angesprochen in der Pre-Show bezüglich Stream. Kleine Ankündigung oder so, wie ich mir's vorstelle. Es gibt ja immer so Pay-Per-Views beim Universe-Modus. Und ich glaube, so Pay-Per-Views würden sich gut anbieten, um diese komplett zu streamen oder jedes einzelne Match zu zeigen. Dort kann man auch gerne mal, ähm, Sachen nur kommentieren und simulieren. Versteht ihr, Freunde? Oder, ähm, andere Leute, die spielen lassen, beziehungsweise die Matches von Leuten... Ne, das klappt leider nicht auf der Playstation 4, stimmt. Jetzt hätte ich gesagt, man könnte die Matches online austragen lassen. Aber, das kann man streamen. Und ich würde das auch gut finden, würde man für irgendwelche Matches immer Leute reinholen und die mitkommentieren lassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir was technisch lösen mit der Zeitverzögerung, falls ich selber was spiele und die anderen mitkommentieren. Ähm, oder, ähm, dass man... Also, wenn, wenn man nur simulieren lässt, dann kann ich auch im Stream gucken und dann kann man ja mit dem anderen mitkommentieren. Ähm, und dass man das Ganze so lösen wird. Sodass wir da schon mal so eine Art regelmäßige Streams... Also, regelmäßigen Stream-Schedule reinbekommen. Cool wäre es natürlich, wenn man, ähm, das als Regelmäßigkeit, also einmal pro Woche sagen könnte. Das heißt, die, die den Stream gucken, sehen dann alle Ausgaben schon vorher. Ja, und die, die den Stream verpassen, die gucken das halt einfach in der Aufnahme später auf YouTube als einzelne Parts. Ich finde das als eine super Idee. Das heißt, ähm, die, die den Stream gucken, die Hardcore-Zuschauer, ähm, werden dann belohnt, dass sie da früher schon dabei sind, indem sie das alles live gucken können. Und die, die ja nicht dabei sind, können es einfach auf YouTube nochmal gucken. Und ich glaube, äh, das hört sich ganz gut an. Und, ach so, und bau den Cyber Thunder, ey, dann kann die Community mitbestimmen. Und dann so Sachen, wenn wir das einmal die Woche streamen, also auch die normalen Ausgaben, nicht nur die Pay-Per-Views, dann könnte man natürlich auch so Votings reinhauen, wie welches Match wollt ihr gerne sehen. Und dann, seht ihr das, könnt ihr ja bei Hitbox immer voten. So. Ähm, Legends Universe ist genau das gleiche. Wir haben nicht so viele Core-Slots und normale, so viele Dings gibt es nicht. Wir haben nicht so viele Dings, sondern wir haben nicht so viele Dings. nicht nur dein Leber ver parlament, sondern das ist dieovleuchtigte. Und dann wird das